Bei jeder Revolution gibt es Gewinner und Verlierer. Diejenigen, die in der Lage sind, schnell und flexibel zu agieren, gehören am ehesten zu den Gewinnern. Keba hat auf Basis von 40 Jahren Know-how in der Automatisierungstechnik einen innovativen Produktbaukasten entwickelt, mit dem Sie schneller und einfacher Ihre individuelle I4.0-Lösung erschaffen können. Das Lösungsportfolio erstreckt sich dabei von der Steuerungsebene bis hinauf auf die Cloud-Ebene. In jedem der einzelnen Bereiche von I4.0 gibt es Lösungen und Produkte, die Sie dabei unterstützen. Unsere Safety-Lösung garantiert und ermöglicht eine sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Unsere smarten, innovativen Bediengeräte garantieren ganz neue Bedienmöglichkeiten und Interaktionen zwischen Mensch und Maschine. Smart Services und unsere Cloud-basierten Services bieten die Basis für Dienste wie Predictive Maintenance und Condition Monitoring. Alle Komponenten haben Sie gemeinsam, dass sie auf Basis unserer offenen Softwarearchitektur KeyControl FlexCore realisiert wurden. Das heißt, der Kunde kann sich seine eigenen Technologien integrieren und mit unseren Technologien kombinieren und er kann zum Beispiel zusätzliche Protokolle, die für die Kommunikation im Netzwerk notwendig sind, selber ergänzen. Wenn Sie an weiteren Details zum Thema I4.0 interessiert sind, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns darauf.